Musik Wir sind hier vertreten mit unserem Mikro ProMix. Wir können bis zu 25% Sauerstoff dem Stichstoff beimischen. Unsere Vorteile sind, dass wir einen ozidfreien Schnitt haben und einen reduzierten Schnittgrad. Somit überspringen wir den Schritt der Nachbearbeitung komplett und unsere Materialien können direkt weiterverarbeitet werden. Zu den eben genannten Vorteilen haben wir eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit von bis zu 20%. Bei Fragen zu unseren Produkten steht Ihnen das Team der Nitro Pro gerne jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.